Eines Nachts bringt ein Typ seine Freundin nach Hause. Dort angekommen, beim Austausch des Gute-Nacht-Kusses, fühlte er sich total erregt. Mit einem Anflug von Vertraulichkeit lehnte er sich mit der Hand an die Wand und sagte zu ihr, Liebling, würdest du mir einen blasen? Sie starrt hab dich nicht so. Wer sieht uns schon um diese Uhrzeit? Sie, nein, bitte, kannst du dir vorstellen, was passiert, wenn wir erwischt werden? Er, oh, bitte, ich liebe dich so sehr. Sie sagt, nein, und nochmals nein, ich liebe dich auch, aber ich kann das einfach nicht. Er, freilich, kannst du, bitte. So läuft das noch eine Weile. Plötzlich geht das Licht im Treppenhaus an und die Schwester des Mädchens erscheint im Pyjama und sagt ganz verschlafen, Papa sagt, mach hin und blase ihm ein. Wenn nicht, kann auch Mama runterkommen und es machen oder ich. Wenn es sein muss, sagt Papa, kommt er selber runter und macht es. Er würde auch die Nachbarin vom sechsten Stock holen. Aber um Gottes Willen, sagt dem Idiot, er soll endlich seine Hand von der Klingelanlage nehmen.